Raptor Skischuhe stehen für die ultimative Evolution im Rennlauf und präzise Passform. Die vom Weltcup inspirierten Raptor Verkaufsmodelle sind leistungsorientierte Schuhe für den sportlich ambitionierten Hobbyrennläufer. Mit einem Grundleisten von 96 mm und der FIS-zertifizierten Sohlenstärke garantieren wir eine direkte Kraftübertragung. Der Unterschied zu unseren WCR-Modellen ist zum einen der breitere Leisten und zum anderen das verwendete PU-Material, das für den Hobbyrennläufer weniger aggressiv und mehr fehlerverzeihend ist. Somit kann sich der Fahrer perfekt auf seine Technik konzentrieren. Der Raptor 140 RS ist von der Geschwindigkeit des Weltcups inspiriert. Mit seinem 96 mm Leisten ist er ideal für sportliche, kraftvolle Skifahrer. Die im Weltcup verwendeten Spineflex-Schnallen sind zum einen optimal für eine Druckverteilung im Schuh und zum anderen garantieren sie eine perfekte Umschließung des Fußes. Der Flex kann individuell zwischen 130, 140 und 150 eingestellt werden, je nachdem wie viele Schrauben ich auf der Rückseite einschraube. Mittels Stellschraube kann man das Cunting ganz präzise und einfach auf die Bedürfnisse des Fahrers einstellen und die FIS-zertifizierte Sohlenstärke erlaubt es mir, mit Erhöhungsplatten zu arbeiten. Der Innenschuh verfügt über unsere bewährte LiquidFit-Technologie, mit der es uns möglich ist, den Schuh einfach und schnell an den jeweiligen Fuß anzupassen. Eine weitere Möglichkeit der Personalisierung ist die verstellbare Zunge, die mittels Klettverschluss an die Kundenbedürfnisse angepasst werden kann. Somit garantieren wir präzise Passform und optimalen Halt im Fersenbereich. Als zweite Verabstellung haben wir beim Raptor 140 ein klassisches Anthrazit und somit bieten wir Rennsportfeeling für jedermann. Der Raptor 120 AS richtet sich an leistungsorientierte Skifahrer, die eine schnelle Kraftübertragung und eine präzise Kantenkontrolle suchen. Sein 96 mm Leisten in Kombination mit dem einstellbaren Flex von 120 und 110 bieten eine optimale Skikontrolle. Die weiteren Features sind das anpassbare Cunting sowie der tauschbare Racing Spoiler. Die Spine Tech Schnallen erreichen ebenso wie die Spine Flex Schnallen eine perfekte Umschließung des Fußes und bieten dabei eine perfekte Druckverteilung. Sie sind dabei aber nicht ganz so flexibel. Auch beim Innenschuh wurde kein Kompromiss gemacht. Hier bieten wir mit Liquid Fit eine Anpassbarkeit höchsten Maßes bei kleinstem Aufwand. Der Raptor 120 AS eignet sich perfekt für hochsportliche Skifahrer, die etwas leichter sind bzw. die etwas weniger Kraft bei gleichbleibender Performance aufbringen möchten. Als zweite Fahrvariante bieten wir den Raptor 120 Pro in einem wunderschönen Anthrazit an, der jedoch ohne Liquid Fit Innenschuh ausgeliefert wird. Der Raptor 110 RS Woman wurde von rennorientierten Skifahrerinnen entwickelt und bietet somit nicht nur perfekte Performance, sondern präzise Passform für Damen und überragenden Komfort. Der Schuh auf Leistenbasis 96 mm kann mit dem Heat Fit Pro Innenschuh ideal an jeden Fuß angepasst werden. Zusätzlich bietet das Modell weitere Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel das Flex Tuning zwischen 110 und 100 sowie die Mikroverstellbaren Spine Tech Schnallen, die den Fuß optimal umschließen. Der Raptor 90 RS Woman strotzt vor Rennsporttechnologie und bietet trotz eines etwas geringeren Flex eine FIS-zertifizierte Sohlenstärke, vier Mikroverstellbare Alu-Schnallen, ein anpassbares Skunting, eine Flex-Schale sowie den Heat Fit Pro Innenschuh für maximalen Komfort und Kontrolle. Die Höhe der Manschette ist bei allen Damenmodellen im Vergleich zu den Herrenschuhen etwas niedriger, um somit eine optimale Passform für jede Damenwarte zu gewährleisten. Der Renn- und FIS-konforme Raptor 90 RS wurde von professionellen Rennfahrern für unsere Nachwuchsrennläufer entwickelt. Der Schuh entspricht in fast allen Bereichen dem Erwachsenenmodell, einzig die Geometrie wurde an unsere Jugendrennläufer angepasst. Mittels Stellschraube kann das Skunting individuell an die Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Der Flex kann zwischen 90 und 80 gewählt werden und die FIS-zertifizierte Sohlenstärke erlaubt es mir mit Erhöhungsplatten zu arbeiten. Mittels dem Junior Heat Fit Pro Innenschuh kann der Schuh einfach und schnell an jeden Fuß angepasst werden. Der Raptor 90 RS ist der ideale Siegerschuh für Kids. Der Raptor 70 RS ist ein FIS-konformer Schuh für rennerprobte Kinder. Der Schuh hat eine reaktionsfreudige und ausplatzierte Schale, hat mikroverstellbare Schnallen und einen verbesserten Reboundverschluss. Flex und Cunting kann individuell eingestellt werden und der Heat Fit Pro Innenschuh bietet optimalen Halt und Kontrolle für lange Skitage. Der Raptor 70 verfügt im Gegensatz zu seinem großen Bruder übertauschbare Sohlenstücke und kann optional mit Grip-Wog oder Alpin-Sohlen ausgestattet werden. Er ist somit im Vergleich zum Raptor 70 RS kein reinrasiger Rennschuh und legt seinen Fokus auf eine optimale Bassform, gepaart mit Top-Performance. Mit vielen kleinen Features, wie zum Beispiel den vier mikroverstellbaren Aluschnallen und dem Junior Team Innenschuh inklusive dem selbst formenden Fußbett, ist er der ideale Wegbegleiter für heranwachsende Racer. Der Raptor 60 ist der Einstieg in die Welt der World Cup Rebels. Seine vier mikroverstellbaren Aluschnallen bieten die nötige Stabilität bei einem moderaten Flex von 60. Für diesen Schuh wurde der Innenschuh komplett neu konzipiert, was wiederum das Einsteigen in den Schuh erleichtern soll. Zusätzlich wurde beim Innenschuh ein selbst formendes Fußbett verbaut, um sich perfekt an jeden Kinderfuß anzupassen. Schmerzende Füße sind somit Schnee von gestern. Die Sohlenstücke sind tauschbar und mit Gripwalk und Alpinsohlen kompatibel. Der Raptor 40 ist bequem und dennoch performanceorientiert. Genau der richtige Schuh für Kinder, die ihre Rennsportkarriere starten möchten. Er bietet einen sehr einfachen Einstieg und unterstützt die Kinder in ihrer Art, das Skifahren zu erlernen. Sein selbst formendes Fußbett sowie der neue Junior Team Innenschuh bieten Wärme, Komfort und beste Passform, während die neue Flexschale sich perfekt an die Füße anpasst. Auch dieser Schuh verfügt über tauschbare Sohlen, um für jede Situation gerüstet zu sein.